Ganz Irland versinkt im Chaos und die Straßen von Dublin brennen. Es gibt massive Aufstände nach einem Messerangriff auf drei Kinder. Und der Täter war ein Flüchtling aus Algerien. Und was macht die Politik? Die Politik greift jetzt zu unglaublich krassen Maßnahmen und das wird wirklich ein böses Ende nehmen. Alle Details in diesem Video. Also meine lieben Zuschauer, das was hier gerade in Europa passiert, das passt wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Die Angriffe von Migranten auf unsere Bürger werden immer häufiger und immer brutaler. Vorletzte Woche hatte ich ja bereits ein Video mit den offiziellen Zahlen der Polizei gemacht. Und dort sieht man ganz eindeutig, dass die Straftaten der Migranten extrem stark ansteigen. Vor allen Dingen in richtig krassen Bereichen wie Mord, Totschlag und Vergewaltigung. Und außerdem konnte man sehen, dass die deutschen Bürger mittlerweile viermal so oft Opfer von Migrantengewalt werden als andersherum. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben. Und wenn man solch krasse Zahlen sieht, dann denkt man, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Aber doch, es kann noch schlimmer kommen. Und dafür braucht man jetzt nur mal nach Irland schauen. Weil das, was dort gerade passiert, ist wirklich ein Albtraum. Express.at berichtet, schließt die Grenzen rufe Aufstand in Dublin nach Messerangriff auf drei Kinder. Erneut hat am Donnerstag ein Messerangriff einer europäischen Stadt erschüttert. Wie der Express berichtet, stürzte sich in Dublin ein Angreifer auf drei Kinder und eine Frau und stach sofort auf diese Opfer ein. Er wurde von couragierten Passanten überwältigt, bevor er noch mehr Menschen verletzen konnte. Ein fünfjähriges Mädchen und eine zwischen 30 bis 40 Jahre alte Frau von der Grundschule im Zentrum Lappens wurden schwer verletzt. Sie sind angeblich in Lebensgefahr. Zwei weitere Kinder, ein fünf Jahre alter Bub und ein sechsjähriges Mädchen erlitten ebenfalls Verletzung. Alter Schwede, wie krass bitte schön ist das denn? Wie degeneriert und geisteskrank muss man denn sein, wenn man Grundschulkinder angreift und töten will? Das passt doch auf keine Kuhhaut, ja? Wie kann man nur so geisteskrank sein? Wer bitte schön macht sowas? Tja, offenbar ein traumatisierter Flüchtling aus Afrika. Die Junge Freiheit schreibt nämlich weitere Einzelheiten. Irland im Ausnahmezustand. Nach Messerattacke eines Migranten Dublin brennt. Ein Algerier sticht Kinder und eine Lehrerin ab, die sich schützend vor sie stellt. Das Motiv des Migranten ist noch völlig unklar. Die irische Polizei schloss einen Terroranschlag aus, sagt jedoch, man ermittle in alle Richtungen. Wahrscheinlich hätte der Mann noch mehr Kinder niedergestochen, wäre nicht mehrere Passanten dazwischen gegangen. Sie überwältigten den Täter, nahmen ihm das Messer mit einer 25 cm Klinge ab und warfen es über die Straße auf einer Rasenfläche. Auch der Angreifer wurde verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Tja, was soll man dazu noch sagen? Ein Algerier mit unklarem Motiv startet einen Amoklauf an einer Grundschule und sticht wahllos auf Kinder ein, um sie zu töten. Das ist doch einfach nur noch barbarisch und echt geisteskrank. Und ehrlich gesagt ist es mir auch vollkommen egal, welches Motiv dieser Typ hat. Es gibt nämlich kein einziges Motiv weltweit, welches solch versuchten mehrfachen Kindesmord auch nur irgendwie rechtfertigen kann. Und die Iren, die sehen das offenbar ganz genauso und deswegen eskaliert in Irland jetzt gerade die Gewalt. Die Zeitung schreibt weiter. In Dublin ist es in der Nacht zu Freitag zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen. Aufgebrachte Iren, unter die sich offenbar gewaltbereite Hooligans gemischt haben, gingen auf die Straßen. Polizeiautos brannten und sogar ein Hotel, das Asylbewerber beherbergt, sollen Flammen gestanden sein. Die Gewalttäter steckten mehrere Fahrzeuge im Rand darunter, mitunter ein Bus zu wie ein Polizeiauto. Radio Gehner berichtete auf Twitter, dass auch das Holiday Inn Express Hotel in Dublin das illegale Migrantenbeherbe angezündet worden sei. Und auch der weltbekannte irische MMA-Kämpfer Conor McGregor fand auf Twitter sehr deutliche Worte zu diesem Messerangriff auf die Kinder. Er schrieb, unschuldige Kinder wurden heute in Dublin, Irland von einem geistig verwirrten Ausländer rücksichtslos erstochen. In Irland ist eine ernste Gefahr unter uns, die gar nicht erst hierher kommen sollte. Und es wurde nichts unternommen, um die Öffentlichkeit in irgendeiner Form mit dieser erschreckenden Tatsache zu unterstützen. Irland, wir befinden uns im Krieg. Also Conor McGregor findet hier wirklich extrem drastische Worte, aber er spricht anscheinend genau das aus, was viele Iren und auch viele Europäer denken. Europa wird von einer Gewaltwelle der Migranten überrannt. Wir sehen es ja in allen offiziellen Polizeistatistiken und wir sehen es ja auch tagtäglich in den Medien. Aber unseren Politikern ist das einfach vollkommen egal. Anstatt sich um dieses Problem der Migrantengewalt endlich mal zu kümmern, öffnen sie die Grenzen einfach noch weiter. Und die nächste Migrationswelle aus Gaza und aus Pakistan steht ja schon bereits mit gepackten Koffern vor der Tür. Und eben weil unsere Politiker das Volk nicht mehr beschützen, kommt es jetzt zu massiven Aufständen und zu Selbstjustiz. Zuerst ist das Ganze in Frankreich passiert, danach kam das Ganze in Spanien und jetzt eben in Irland. Weil das Volk hat begriffen, dass sich Europa im Krieg befindet und deswegen brennen jetzt ganze Städte. Und eigentlich müsste man meinen, dass in so einer ernsten Lage die Politiker das Ganze endlich mal ernst nehmen, das Ganze verstehen und ihre katastrophale Migrationspolitik der letzten Jahre und deren Folgen endlich mal bekämpfen. Aber nein, sie machen genau das Gegenteil. Sie sperren sogar die Leute ein, die ihre Stimme gegen die katastrophale Migrationspolitik erheben. Apollo News schreibt, wegen Kritik an Migrationspolitik, Polizei ermittelt gegen Conor McGregor. Der MMA-Kämpfer Conor McGregor fand auf Twitter deutliche Worte gegen die Migrationspolitik der irischen Regierung. Nun ermitteln Strafverfolgungsbehörden wegen Hassrede gegen ihn. Nach Berichten der Sunday Times ermittelt irische Strafverfolgungsbehörden gegen die MMA-Kämpfer Conor McGregor wegen Hassrede und Hetze, die er in den sozialen Medien gegen Migranten verbreitet haben soll. McGregor wird beschuldigt, zu Gewalt gegen Migranten angeschüttet zu haben, nachdem vor wenigen Tagen ein etwa 50-jähriger Alter Algerier mehrere Kinder vor einer Schule in Dublin mit einem Messer attackiert hat. Aber ja, so sieht es jetzt einfach aus. Wenn du als klar denkender Mensch die Missstände in deinem Land aufdeckst und dein Vaterland verteidigen willst, dann wirst du von der Polizei und von den Politikern ins Gefängnis gesteckt. Und das, meine lieben Zuschauer, ist jetzt auch eine Sache, die bei uns in Deutschland auf uns zurollen wird. Auch in Deutschland wird es zu großen Aufständen kommen. Und mit jedem weiteren Tag der Amteregierung kommen wir dem Bürgerkrieg einen Schritt näher. Und wenn es dann soweit ist und wir unser Vaterland gegen solche Kindesmörder verteidigen müssen, dann werden wir leider die Politiker und leider auch die Polizei gegen uns haben. Und natürlich, das oberste Gebot ist, wir müssen uns immer an alle demokratischen und legalen Mittel halten und uns von denen bedienen. Aber selbstverständlich haben wir auch immer das Recht, unser Vaterland zu verteidigen. Vor allen Dingen, wenn unsere rosaroten Politiker das nicht tun wollen. Was sagt ihr denn zu der aktuellen Lage in Europa? Wie nah sind wir mittlerweile einem Bürgerkrieg? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.